Ich bin Amelie, bin zehn Jahre alt, komme aus Witten und gehe auf das Gymnasium Waldstraße. Ich bin John, komme aus Essen und gehe auf das Maria-Wechtler-Gymnasium in Essen. Ich bin Berlina, zehn Jahre alt, gehe auf das Gymnasium Bräuch und komme aus Nühlheim. Ich bin Sebastian, ich bin 43 und gehe nicht mehr zur Schule, aber ich darf diese Flugfahrtschaffel hier moderieren. Ich bin Diana, ich bin 16 Jahre alt, komme aus Essen und gehe auf das Burg-Gymnasium in Essen und bin Teil der Jugendjury. Ich bin Sina, bin 13 Jahre alt und komme aus Süßburg und gehe auf die Gesamtschule Reisung und bin auch in der Jugendjury. Ich bin Frieda, ich bin zehn Jahre alt und komme aus Süßburg. Ich bin Marzi, ich komme aus Lattingen und gehe auf das Gymnasium Waldstraße. Ich bin Tom, ich bin zehn Jahre alt, komme aus Nühlheim und gehe auf das Gymnasium Bräuch.